Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVT hier im Video. Da habe ich jetzt nicht schlecht gestaunt. Bei mir kam ein Paket an und da stand Edge drauf und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass ich trotz, obwohl ich mir gesagt habe, ich werde nie wieder bei diesem Crowdfunding-Plattform irgendwas mit Elektronik oder sowas, naja, unterstützen. Ich habe einfach so eine Liste von Projekten, die nie umgesetzt worden sind. Aber dann habe ich anscheinend irgendwann, Anfang des Jahres oder irgend sowas, Edge-Projekt gesehen. Sieht man jetzt gerade ein bisschen blöd mit der Kamera, so Halterungen und dann hatten sie noch ein Ladegerät und ein Licht. Was man halt hinten an sein, jetzt gut, jetzt ist es hier ein MacBook, aber was auch immer für den Rechner dran packen kann. Und dann kann man diese kleinen Ärmchen ausfahren und da kann man dann sein, naja, Sachen dran halten. Also sei es jetzt hier ein Smartphone oder Licht oder ein Ladegerät. Naja, und anscheinend wurde aus diesem Projekt etwas. Ich habe mal nachgeguckt. Das, was ich hier hatte, war ein Pi mal Daumen, ich glaube auch mit Versand, 50 Euro. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Also wie gesagt, das hielt ich damals für eine gute Idee. Ich habe selber Kohle reingesteckt und jetzt gucke ich mal, was es dafür gibt. Edge-Mount, Edge-Mount. Achso, zweimal Mount. Ach ja, so war das. Das war dieses Set mit zweimal Mount. Einmal dem Ladegerät und einmal den Lampen oder einmal der Leuchte. Und ich weiß schon gar nicht mehr, welchen Farben. Je nachdem. Also klar, das zielt auf die Mac-Leute ab. Aber deswegen machen sie verschiedene Grautöne oder so. Oder Space Gray und normales Gray. Okay. So, eine Verpackung leer. Gucken wir mal, ob ich die zweite auch in diesem Grau hatte. Oder ob ich da einmal was anderes genommen habe. Oh Gott, ist das rot? Ne, doch nicht rot. Ach doch, ich habe wirklich zwei unterschiedliche Farben genommen. Ja, gut. Einmal Space Gray, einmal Silber. Ach Gott, jetzt wieder hier mit Folie, also mit diesem Aufklebezeug zum Drücken oder zum Rubbeln. Oh, da habe ich ja richtig Lust drauf, damit rumzufrickeln. Dann, ich glaube, das war die Halterung, die Scharniere. Ach ja, mit dem Kleber für Smartphone. Beziehungsweise dann gibt es noch eine Ringhalterung. Sehr schön. Also ihr merkt, es ist wieder komplett, naja, planlos. Es ist halt wieder eins von diesen, wobei es war ja gar nicht Kickstarter. Das war ja diesmal Indiegogo-Projekten, die man irgendwann mitten in der Nacht für eine gute Idee hält. Und dann kommt das Zeug und man denkt sich, ja, so, das hier ist das Licht, was mit Kabel, beziehungsweise auch einen eingebauten Akku hat. Und dann liegt sogar ein USB-C auf USB-C-Netz, Stromkäbelchen. Oh, schön. Also einmal Licht, Max noch mehr Licht, maximal Licht, dreimal Stufen und wieder aus. Die Kamera hat jetzt ein bisschen blöd eingefangen. Das sieht hier richtig schön aus. Wenn sich jetzt hier gerade in der Kamera denkt, oh, gleichmäßig ausgeleuchtet. Nee, die Kamera fängt das echt geschummelt ein. Da sieht man nämlich die einzelnen LEDs. Dann nochmal, ja, da sieht man gar nichts mehr an LEDs. Und das Licht ist halt, naja, warmgelb. Und relativ, ja, gut. Also schon besser als das, was man hier aus einer Smartphone-Kamera das Licht rausbekommen würde. Klar sind die auch, wie viele waren es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf LEDs. Wahrscheinlich die Europa Edition. Und, naja, wobei, schwarzes Kabel und Space Gray, gut. Das ist, also ich wollte nochmal auf die farbliche, naja, passend, naja, Diskrepanz hinweisen. Und dann gibt es noch das Wire, den Wireless Charger. Und jetzt kommt es. Das Ganze soll ja irgendwie MagSafe-kompatibel sein. Zumindest bilde ich mir das ein, dass das so in meiner Erinnerung war. Und jetzt gibt es schon wieder diese Schablone, ne, wo man was auch immer noch an Klebezeug auf dem Smartphone anbringen soll. Denn, ne, klar, die mit MagSafe, die halten. Ach, guck mal, da ist dann der Klebering. Den kann man dann hinten noch irgendwie aufs Smartphone draufpacken und dann hält es nochmal besser. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass das, ne, bei den, ja, hier, MagSafe, ja, super, das hält. Da, ja, gut, das hält, solange man nicht, also, andersrum. Wenn das Ding gleich am Smartphone, an dem Monitor hängt oder am Display hängt, dann besser mal nicht rumtragen. So, dann das einmal weggedrückt. Gut, wir haben den Lader, wir haben die Schablone. So, hier gab es keine Schablone mehr, das muss ja nur auf dem Ding selber halten. Dann gucken wir mal. Wir haben das Ding zum Auftragen, also im Endeffekt nur die Plastikschablone, um die Luftbläschen rauszukriegen. Aber eine Anleitung gab es jetzt, ach doch, zu früh gefreut oder zu früh gemobbert. So, wir haben da, genau, nochmal ein Kleber. Das war das für die Dinger ohne MagSafe oder wenn man Angst hat, dass es nicht hält, was man dann hinten nochmal draufkleben kann. Damit da nochmal, ja, Kleber auf Kleber dann hält. Also, das hinten draufbringen, ist sogar ein iPhone abgebildet. Abziehen, na, das ist dann die Klebefolie auf dem, ähm, hier, genau, das rote dann abziehen. Hinten auf euer Notebook kleben. Mhm. Oder erst mal justieren. Ach, guck mal, und dann erst abziehen. Ah, und unten steht es dann auch übersetzt. Äh, beziehungsweise gar nicht, alles auf Englisch. Aber, okay, draufdrücken, draufdrücken, 10 Sekunden draufdrücken. Äh, to remove it, äh, einfach abziehen. Gut, ach so, und deswegen, einmal ankleben ist dabei und wenn ich es irgendwie umpositionieren will, weil ich mir denke, links ist doof mit Kabel, mache ich mir das lieber auf die rechte Seite. Dann lass doch mal gucken. So, fangen wir erstmal an. Mein MacBook ist, ähm, Space Gray. Also, passt, den Ton haben sie. Wie gut haben sie den getroffen? Äh, ja, 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 würde ich mal sagen, das passt einigermaßen. So, das Schenier-Dingsbums ist oben. Ach so, das ist dann das Zeug. Ach, guck mal, jetzt können wir direkt mal gucken, hält das denn auch magnetisch? Ah, guck mal. So, wobei, oh, das hat aber viel, oh, das, jetzt bricht meine ganze schöne Traumwelt in sich zusammen, weil ich dachte, ja, ne, guck mal hier, brauche ich nichts kleben. Das hält auch so bei den MagSafe-Dingern, aber anscheinend ist das Ganze nicht MagSafe-kompatibel. Vielleicht bei einem Mini noch, wobei, so wenig wie das hier hält, ihr seht ja, wie das hier gerade durchrutscht. Kann ich knicken. Das bedeutet, hm, hältst du auf einem, uh, das hält ja fast auf dem Fold magnetisch besser als, ne, hält auch nicht stark genug. So ein Murks, das bedeutet, ich muss tatsächlich den Kleber jetzt hinten drauf bringen auf dem Telefon, dann hält das damit zusammen. Ne, dann ist da die, naja, die Nano, wie heißt das immer, so Nanopartikel-Zeugs, dass das hält. Oh, ob das so vernünftig hält? Gut, ne, das draufkleben, dann hält das. Aber ich habe halt noch für dieses, für diese Konstruktion, glaube ich, permanent mit dem Punkt hinten auf dem Gerät rum. Ja, okay. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber so sieht das dann aus. Dann klebe ich das drauf. Und dann, ach so, und dann habe ich hier diesen, ah, so, und dann habe ich hier diesen, ja, gut, so ein bisschen Spiel habe ich dann. So klebe ich es dann drauf, so hältst du dann, und so sieht es dann von hinten aus. So, ne, und dann je nachdem, wo ich an welcher Brühe ich es anbringe. Ich kann es halt nicht rausziehen, ne, das ist hier starr, ich habe halt nur wirklich diesen, naja, viel Spiel habe ich da jetzt nicht. Also, ne, gut, ich bastel jetzt mal. So, okay, ihr habt mich jetzt ein bisschen mit dem ganzen Zeug natürlich rumwuseln sehen. Ich bin etwas hin und her gerissen. Nummer eins, was natürlich gerade auffällt, keine Ahnung, wer das da macht. Klar, ja, also, ähm, diese Lampe, die nützt da hinten gar nichts. Klar ist es gerade gut ausgeleuchtet, aber selbst wenn, ne, wenn ich da mit dem Smartphone filme, nein, das ist eher so Kategorie, ich nutze meine Webcam, bin ich ausgeleuchtet und dann positioniere ich das Ding halt nicht da, sondern am besten hier oben bei der Webcam, ne, irgendwie in die Richtung, ob ich da genug Licht kriege und vor allem, wie die Qualität dann aussieht, wenn das Licht schon, wenn ich darauf schon angewiesen bin. Naja, okay, das zur Taschenlampenspielerei. Mal gucken, also bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Beim Anbringen, ne, also ich sage jetzt mal hier auf der Rückseite, das drauf zu packen. Relativ einfach, die Schablonen waren ja dafür, dass der Abstand überall ungefähr hinhaut. Ne, das war okay. Und dafür packen sie dann das Schablon rein, wo ich mir denke, ja, pack den Punkt da hinten passend drauf. Das ist ja nicht so wirklich viel. Wo man dann aber auch ein bisschen auf sich alleine gestellt ist, ist halt die Anbrennung mit den Dingern. Da muss man immer ein bisschen zirkeln, ne, links gucken, rechts gucken und, 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 und. Und dass die in beide Richtungen gehen, ja, verstehe ich, aber ich bin mal gespannt, wie die, auch wenn sie relativ dünn designt sind, aber wie das sich, naja, verhält, ne, gerade wenn man die Dinger dann, oder den Laptop, den, die das Laptop am Tag ein paar Mal rauszieht, ja, gucken wir mal. Schön ist, dass wir nochmal, wenn man sich einmal vertan hat, nochmal Kleber dabei hat, wobei, ihr habt es ja gesehen, ganz normale 3M-Klebestreifen, das sollte ja nicht viel sein. Die Dinger, glaube ich, jetzt einfach sind so die Kratzer, um das wieder loszuschaben, wenn man sich dann doch wieder umorientiert. Wäre jetzt so mein Tipp, weil was anderes finde ich gerade nicht. Und im Großen und Ganzen bin ich jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Natürlich, ne, also, ja, mit dem Lade-Ding, ne, klar, kann ich ins USB-C hierbei reinpacken, damit es dann direkt noch lädt, wie viel Power das dann aushält und so. Mal gucken, natürlich ist dann auch immer die Frage, packt man das links hin, wo man es dann einfacher mit den Kabeln hat, wobei, packt man es rechts hin, dann hat man, ja, wo man, vielleicht nutzt man sowas auch in der Konstruktion mit einem externen Monitor, wobei, das glaube ich gar nicht, ne, das ist jetzt einfach nur dieses Zeug, für, ne, baue mit deinem Laptop dein eigenes Video-Studio. Oder wobei, es muss ja noch nicht mal Video-Studio sein. Es kann ja genug dafür sein, dass man nebenher irgendwas im Vollbild hat und dann sich denkt, ja, aber jetzt hier noch ein Ding für Twitter oder sowas oder für Insta oder das Smartphone einfach noch im Blick zu haben. Ja, warum nicht? Und das halt, muss halt, also ich versuche gerade so ein Anwendungsszenario mir zu überlegen. Ich weiß auch nicht, was ich damals mitten in der Nacht gedacht habe, als ich das unterstützt habe. Jetzt ist es da und jetzt probiere ich es auch aus und jetzt nutze ich es oder gucke halt, wie weit ich damit komme, wo der Vorteil ist und was auch, wo es der Nachteil ist. Ja, es passt, das sozusagen als Display-Erweiterung zu sehen, um dann zu sehen, was passiert hier in den sozialen Netzwerken, losgelöst von allem anderen, was man nebenher noch macht, weil man ja nicht immer seinen Ständer dabei hat oder solche Sachen. Ja, okay, das haut hin. Und dann dieses Ladepad verstehe ich dann auch, wenn man dann sein Telefon zusätzlich, sag ich mal, als weiteres Display, als externes Display oder Display-Erweiterung für was auch immer daneben hinlegt. Und es ist natürlich schön, das auf einer Höhe zu haben, weil dann steht man hier, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute dann damit rumexperimentieren, so wie ich gerade. Wie breit darf der Schlitz sein? Wie breit darf der Abstand sein? Oder mache ich das jetzt lieber hier so mittig mit dem Display oder bündig hier oben oder bündig hier unten? Das sind gerade so Sachen, da kann sich euer innerer Monk sowas von austoben, bis das einigermaßen sitzen wird und dann habe ich die Frage links oder rechts. So, ganz ehrlich, ja, ich verstehe, dass das mit den Klebern irgendwie ein bisschen halten muss, aber gerade bei so einer Konstruktion, dass man da nicht irgendwie noch was anderes machen kann, was halt problemlos mit einem Ding da oben und links und rechts packen kann. So müsste ich ja hingehen, da eins hinpacken, da eins hinpacken, da eins hinpacken, je nachdem welchem Konstellation. Wie gesagt, ich habe es jetzt bestellt, jetzt ziehe ich das auch durch. Mal gucken, ob ich dazu noch was mache oder ob ich das Zeug nach zwei Tagen ennervt sonst wohin schmeißen werde. Interessantes Nischenvideo, sage ich mal. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017